Herzlich willkommen! Es freut mich sehr, dass Sie Interesse an dem Lernangebot WebTools für den Unterricht für eine veränderte Lernkultur haben. Mein Name ist Kristin Hirschmann und ich habe diesen Kurs mitgestaltet. Bevor Sie mit der Bearbeitung der nachfolgenden Inhalte beginnen, möchte ich Ihnen mit diesem Video eine Orientierung zum Kurs geben, damit Sie bestens vorbereitet sind. Mit diesem Kurs möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich niedrigschwellig mit einer veränderten Lernkultur mit digitalen Medien auseinanderzusetzen, um die hier vorgestellten Impulse in Ihren Alltag einzubringen. Nicht erst seit Covid ist Digitalität in der Schule ein wichtiges Thema. Hier gehen wir der Frage auf den Grund, warum es nicht ausreicht, digitale Medien als reines Werkzeug zu sehen, das Ihren Unterricht nur technisch unterstützt. Viel wichtiger ist die Betrachtung des Wandels einer generellen Lernkultur und die vielseitigen Perspektiven, die sich Ihnen mit dieser Nutzung der Tools bieten. Was erwartet Sie also in diesem Angebot? Die inhaltliche Einführung zu einer veränderten Lernkultur finden Sie in den ersten beiden Kapiteln. Hier konzentrieren wir uns auf die beiden Fragen. Was ist eine veränderte Lernkultur und was müssen Lernende dafür wissen? Und wie kann diese veränderte Lernkultur mit digitalen Medien aussehen? Diese zwei Kapitel bieten Ihnen den theoretischen Rahmen zu diesem Kurs. In den fünf weiteren Kapiteln bekommen Sie anhand der vorgestellten Web-Tools Impulse für Ihre praktische Arbeit. Diese Web-Tools sind offene Web-Tools. Das bedeutet, Sie als Lehrkraft und auch Ihre Lernenden brauchen nur einen Internetzugang, um diese Tools nutzen zu können. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Tools haben wir nach den folgenden Grundideen ausgewählt. Tools für das kollaborative Beschreiben. Tools für Brainstorming als kollaborativen Prozess. Tools für das Strukturieren und Visualisieren von Wissen. Tools für kooperative Lernsettings für Einzel- und Kleingruppenarbeit. Und Tools als kleiner Helfer für den Unterricht. Bei den Web-Tools, die Sie in den nachfolgenden Kapiteln kennenlernen, ist es noch wichtig zu erwähnen, dass wir hier Software vorstellen. Es gibt also ganz unterschiedliche Möglichkeiten, diese Tools technisch zu nutzen. Wir geben Ihnen ein Angebot, wie und wo Sie diese Tools nutzen können. Es gibt aber weitaus mehr Möglichkeiten dazu. Schauen Sie zum Beispiel selbst einmal, ob und welches Lernmanagementsystem an Ihrer Schule vorhanden ist und welche Elemente Sie damit schon vorfinden. Das letzte Kapitel dient schließlich als Anschluss und gibt Ihnen weiterführende Informationen, damit Sie auch über diesen Kurs hinaus weitere Web-Tools entdecken, bewerten und nutzen können, die für Ihren Unterricht wichtig sind. Im ersten Kapitel finden Sie übrigens auch ein Auftakt-Quiz, mit dem Sie Ihr Wissen zu den Inhalten testen können. Gleichzeitig bekommen Sie damit eine Übersicht, welche Inhalte wir im Kurs behandeln werden. Sie können die einzelnen Kapitel dieses Lernangebots in beliebiger Reihenfolge nutzen. Falls dieser Kurs Ihr erster Kontakt mit dem Thema Web-Tools im Unterricht ist, empfehlen wir Ihnen die vorgeschlagene Reihenfolge. Somit sind Sie durch die theoretische Grundlage gerüstet für die Praxisbeispiele und den entsprechenden Einsatzmöglichkeiten. Zudem bieten wir Ihnen eine Vielzahl an öffentlichen, kostenlosen und offenen Erklärungen, Videos, Online-Kursen und sogar Büchern an, auf die Sie zugreifen können, um sich vertiefend mit dem Thema zu beschäftigen. Und behalten Sie im Fokus, neben Ihrer Rolle als Lehrkraft sind Sie auch immer eine lernende Person. Haben Sie Mut, sich mit diesem Lernangebot auszuprobieren. Erkunden Sie die neuen Tools, lernen Sie sie kennen und überlegen Sie, wie Sie mit Ihnen eine neue Perspektive in Ihren Unterricht bringen können. Was uns noch wichtig ist, beim Ausprobieren und Entdecken der Tools gibt es kein Falsch. Hauptsache, Sie haben Spaß dabei. Zu dieser Thematik gibt es vom NLQ bereits den Selbstlernkurs Selbstermächtigung von Lehrkräften zum Lehren und Lernen in einer Kultur der Digitalität, der auch problemlos über einen Gastzugang bearbeitet werden kann. Dieser Kurs richtet sich an alle Interessierten, die herausfinden möchten, was Web-Tools mit einer veränderten Lernkultur zu tun haben. Wenn Sie bereits Erfahrung mit der Nutzung von Web-Tools haben, finden Sie in der Tool-Verstellung vielleicht neue Impulse für Web-Tools und nehmen aus den beiden theoretischen Kapiteln noch etwas mit. Wenn Sie bisher wenig Erfahrung haben, lassen Sie sich gerne auf dieses Lernangebot ein und nutzen es als Entdeckungsreise. Zum Thema dieses Lernangebots haben schon viele Menschen schlaue Dinge geschrieben und gesprochen. Allen voran werden für den theoretischen Part Inhalte von Nele Hirsch und Jöran Musmeerholz genutzt. Nele Hirsch wird außerdem als Protagonistin in den Videos zu den ersten beiden Kapiteln zu sehen sein. Bei den Tools war uns kids.blog eine tolle Quelle. Diese Webseite vom NLQ ist in Bezug auf digitale Medien und neue Lernkontexte ein Ideenpool, eine Projektplattform und auch ein offenes Netzwerk. Wir schätzen, dass man diesen Kurs in zwei Stunden einmal komplett durchschauen kann, falls man keine der Übungen und keine der Vertiefungen bearbeitet. Inklusive der zusätzlich empfohlenen Inhalte und mit einzelnen Vertiefungen sind acht bis zehn Stunden realistisch. Los geht's!